Meine top solide Value Aktie für den Februar 2021. Die Börsen werden immer verrückter, genauso wie die Bewertungen von manchen Wachstumsunternehmen. Viele Unternehmen haben Milliarden Euro an Marktkapitalisierung, aber noch keine oder nur sehr geringe Umsätze. Wachstum ist für diese Unternehmen bereits für Jahre vorweggenommen. Ich zeige dir in diesem neuen Format jeden Monat Aktien und Unternehmen, die grundsolide sind und deren Bewertung noch nicht exorbitant hoch ist. Gleichzeitig lege ich persönlich auf etwas ganz Spezielles noch meinen Fokus. Es reicht nicht aus, dass diese Unternehmen eine gute Bewertung haben. Viel wichtiger ist für mich, dass das Unternehmen in einer Branche aktiv ist, bei der in absehbarer Zeit keine komplett neue Technologie, das gesamte Businessmodell auf den Kopf stellen wird. Ich möchte dir also in diesem Format Unternehmen und Aktien zeigen, die solide sind, moderat bewertet sind und die idealerweise auch von zukünftigen Trends profitieren, zumindest aber nicht von diesen obsolet gemacht werden. Fangen wir mit dem allerersten Unternehmen an, in diesem neuen Format. Dieses Unternehmen arbeitet in einem Bereich, der nicht nur im Moment wenig Gefahr hat, durch disruptive Technologien ersetzt zu werden. Genau der Gegenteil ist sogar der Fall. Dieses Unternehmen produziert etwas, das zukünftig für die gesamte Energiewirtschaft wichtig sein wird. Und dieses Produkt wird in einigen Jahren sehr knapp werden. Wenn du wissen willst, welches Produkt das ist und um welches Unternehmen es sich handelt, dann bleib unbedingt weiter dran. Zunächst aber will ich dir die unglaublichen Zahlen zu diesem Unternehmen liefern. Dieses Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2019 13,5 Milliarden US-Dollar an Umsatz geschrieben und dieses Jahr werden es 15,4 Milliarden sein. Es ist also ein Unternehmen, das grundsätzlich noch weiter wächst. Zudem blieb im Jahr 2019 von diesen 13,5 Milliarden Umsatz 5,8 Milliarden US-Dollar im Nettoergebnis hängen, was einer stolzen Nettomarge von 42,6% entspricht. Zwar hat sich der Nettoertrag im Jahr 2020 um 25% reduziert, die Prognose von Analysten deuten jedoch darauf hin, dass man im Jahr 2021 dieses wieder mehr als nur kompensieren wird. Auch in den Folgejahren soll das Geschäft also weiter wachsen und damit auch die Erträge und die Gewinne. Wenn wir uns die Kennzahlen anschauen, dann hat das Unternehmen aktuell ein KGV von 12 und ein KUV von 3,4. Dies ist für heutige Verhältnisse eine absolut moderate Bewertung. Und wenn man sich die Dividendenrendite anschaut, dann beträgt diese aktuell satte 8%. Wir haben also ein Unternehmen, das ein Umsatzwachstum erfährt, eine sehr starke Marge hat, sehr gut bewertet ist und eine sagenhafte Dividende auszahlt. Das wirklich Tolle an diesem Unternehmen ist es jedoch, dass es in absehbarer Zeit nicht von neuen Unternehmen, die disruptive Technologien anwenden, aus dem Geschäft getrieben wird, sondern es selbst von einem disruptiven Trend profitiert. Denn zwischen 20 bis 30% des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen aktuell mit einem Produkt, nach dem bereits Elon Musk schreit und warnt, dass es sehr bald sehr knapp werden wird. Dieses Produkt ist Trommelwirbel, das Metall Nickel. Elon Musk schrieb vor einiger Zeit folgendes auf Twitter. Please mine more Nickel. Gleichzeitig beschrieb er, dass Nickel eine der größten Herausforderungen sein wird, um die Elektrifizierung in hohem Maße durchzusetzen. Und Elon Musk hat hier absolut recht. Denn Nickel ist ein Hauptbestandteil von aktuellen Lithium-Ionen-Batterien. Elon Musk sagt selbst, dass die Zellen eigentlich Nickel-Graphit-Zellen heißen müssten, denn die Kathode ist hauptsächlich Nickel und die Anode besteht aus Graphit mit Siliciumoxid. Das Lithium ist nur wie das Salz auf einem Salat. Ganz konkret spürt man diese Entwicklungen der zukünftigen Nickel-Knappheit bereits jetzt. Indonesien ist das Land mit den höchsten Nickel-Vorkommen weltweit und hat sich entschlossen, das Nickel-Erz komplett einem Ausfuhrverbot zu unterlegen. Indonesien plant nämlich langfristig nicht nur Rohstoff-Fördererland zu sein, sondern möchte direkt auch Batteriezellenproduktion im Land selbst aufbauen. Eines ist also ganz klar, Nickel wird zukünftig ein sehr wichtiger Rohstoff sein und das für Jahre hinweg. Wer ist jetzt aber dieses geheimnisvolle Unternehmen, das unglaublich starke Zahlen liefert und auch noch von der Zukunft profitieren wird? Bei diesem Unternehmen handelt es sich um Norilsk Nickel oder auch als Nor Nickel bekannt. Nor Nickel ist ein russischer Bergbau-Konzern, das vor allem in den nördlichen Breitengraden Russlands diverse Förderstätten besitzt. Das Wichtigste ist auch, dass der Hauptabnehmer von Nor Nickel hauptsächlich in China und Asien sitzt. Nur ganz wenig des Umsatzes gehen in Richtung USA, weswegen hier eventuelle Sanktionen zwischen den USA und Russland keine gravierenden Belastungen für den Umsatz darstellen würden. Selbst bei einem deutlichen Absinken der Betriebszahlen aufgrund von einer sich abkühlenden Weltwirtschaft dürfte Nor Nickel gut wegstecken können und langfristig wird man Rückenwind durch die in Zukunft stark anziehende Nickel-Nachfrage erhalten. Die Hauptkonkurrenten von Nor Nickel sind Vale, ein brasilianisches Unternehmen und BHP aus Australien. Der Hauptpunkt, wieso ich mich ganz konkret für Nor Nickel als meinen Top-Pick für den Februar entschieden habe und nicht für eines der beiden anderen Unternehmen hier, ist, dass im Vergleich zu Vale und auch BHP Nor Nickel einen deutlich größeren Anteil von Nickel am Gesamtumsatz hat und man somit die steigende Anfrage viel stärker positiv wird in den Büchern spüren. Zudem ist Nor Nickel einer der günstigsten Nickel-Förderer überhaupt und kann sich auch sehr lange und sehr gut über Wasser halten, selbst wenn die Marktpreise sehr niedrig sind. Nachteile gibt es aber natürlich auch und die will ich nicht verschweigen. Bevor wir aber zu den Nachteilen kommen, noch folgender Punkt. Wenn dir dieses Format gefällt und du auch in Zukunft gerne mehr Value-Unternehmen sehen möchtest, die eine moderate bis günstige Bewertung haben, solide Zahlen liefern und von zukünftigen Trends profitieren oder zumindest nicht von diesen verlieren, dann drücke jetzt den Daumen nach oben. Anhand eurer Zustimmung kann ich dann wiederum abschätzen, wie hoch das Interesse an diesem Format ist in Zukunft. Vielen Dank dir schon mal. Der erste Nachteil ist, Nor Nickel gilt als einer der größten Umweltsünder weltweit. Diesel, das in Flüsse sickert, verpestete Böden in Sibirien, giftige Abgaswolken, Nor Nickel ist definitiv nichts für ein grünes Depot und auch wenn man von der grünen Welle profitiert, die eigene Klima- und Umweltbilanz ist verheerend. Zudem handelt es sich um ein russisches Unternehmen, das ähnliche politische Risiken hat, wie eine Investition in chinesische Aktien. Als Aktionär hat man immer die Gefahr, durch politische Entscheidungen mehr oder weniger enteignet zu werden. Zudem steht auch Russland außenpolitisch immer im Fokus. Es könnte auch mit den USA oder Europa jederzeit wieder Handelsbeschränkungen geben, die dann zwar nicht unbedingt den Umsatz massiv betreffen würden, wie wir gesehen haben, ist ja hier Asien und vor allem China der Hauptabnehmer, aber es könnte Probleme geben beim Import von wichtigen Ersatzteilen, was wiederum dann an der Effizienz spürbar sein könnte. Auch hat man mit dem Rubel potenziell eine Währung, die größeren Schwankungen unterliegen kann und somit auch Auswirkungen auf die Dividende und den Aktienkurs hat. Wer mit all diesen Risiken aber umgehen kann, der hat ein sehr günstig bewertetes Unternehmen mit starker Bilanz und Ergebniszahlen, das in Zukunft auch von einem langwierigen Trend profitieren wird. Und man muss keine Angst haben, dass dieses Unternehmen von neuartigen Technologien vom Markt hinweggefegt wird. Wer den Bereich Nickel und Rohstoffhörderer interessant findet, aber nur ungerne in ein russisches Unternehmen investieren möchte, für den können auch BHP und auch vor allem Vale, die i sind zu diesen drei Unternehmen, findest du dann jeweils, wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mich würde jetzt noch interessieren, was du von NorNickel hältst. Schreib mir das unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.